So, schönen guten Tag und da bin ich wieder. Wir fangen hier direkt an mit einer neuen Let's Play von mir. Wir fahren hier in meiner Hütte und haben Eisen beschmolzen. Das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen garen. Ich guck mich jetzt einfach mal, wie das jetzt im weiteren Verlauf wird, dann müssen wir noch unser Golderz nennen, was für uns eigentlich total unnötig ist. Touristisch könnten wir daraus ja Werkzeuge machen, aber bringt das nicht, weil Gold ist ja in Wirklichkeit ja eigentlich nur ein Erz zu... Dingsbums zu, oder, 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 oder. Zu Dekorationszwecken. Wir können hier runtergehen und können wir wieder ein bisschen graben. So, da wird jetzt ein bisschen... Hier unten, hier unten ist eigentlich nicht ganz nach unten. Hier können wir auch noch einen ganz langen Tunnel graben. So, ein kleiner Schacht. So, da werden wir unsere... ...wenn wir mit Gängen machen können. Wir müssen jetzt auf Ebene 12 sein, sind wir auch so cool. Auf der Hoffnung, dass wir Diamanten finden. Das sind für den Eisen, okay. Eis ist aber auch sehr gut, weil Eisen können wir auch sehr gut gebrauchen. Kramm ich hier einfach mal weiter. So, ich glaube, mit Gängen schon werden wir jetzt nichts mehr finden. So, ich glaube, wir müssen jetzt mal wieder die Barotome aufstellen. Okay, Western finden wir. So. So. Okay, wo sind die faults hier gelandet? Ich meine, hier war nicht so, ne? Oh, Lava. Alter, Schwede. Ja, ihr war doch schon mal. Ja, definitiv war es schon mal. So, boah. Ich hätte mir tierisch obsidiansen abbauen. Das wäre aber ein Spaß. Das ist die ganze Sache hier. Alles nur um ein bisschen Eisen abzubauen. Das ist die ganze Sache hier. Alles nur um ein bisschen Eisen abzubauen. So, machen wir es jetzt hier auch noch Abschneiden. Das ist ein bisschen in Minecraft vertieft. Okay, eben sind wir hier. Eben 13, okay. Okay. So, hier war es dann. So. So, ich kann auch nicht erschienen, weil wir zurück. So, ich glaube, ich muss noch mal wieder zurück. Das blubber und wo die Städte. Wo wir sind nicht. Das blubber und wo die Städte. 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 Die Städte. Da ist man dann eine Städte. Sie hat die Städte. Aber ich mache meine Städte. viele haben vor er hat fünf jemanden wie er auch klingelt als man zu fähig reingekommen und zack jemanden k k ich werde sowieso wieder nach oben unsere Neu-FB-Zacke machen gehen wir können uns einen für unsere anderen Werkzeuge mit holen so wie die Spitzigkeit ist lange gehalten und schon über 10 Let's Plays meine ich gute Dienste geleistet aber jetzt muss sie sich leider verabschieden von uns alles in den Abschied leider ich kann nicht nur auf den Namen für die Kappelstone drin jetzt wird sie schon auf Level L Luca kann Kalisone mehr aufnehmen wir sind voll muss ich mal hier ablagern das Kies können wir hier auch mal reinmachen Kalisone 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 Applaus wir haben Sie ja schön gesammelt Juror jeden Tag 5 Diamant 4 4 5 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12 13 13 14 15 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 die 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 jetzt ich möchte es nicht machen die Warnung ich weiß wie wir es noch was kriegen können ich will mir das Eisen aus unserem Backofen holen kriegen wir noch ein bisschen dp 2 bis jetzt insgesamt 19 jemanden haben noch nicht alle jetzt haben sie über 13 seht ihr was ist das der ist ein machen die jahre die kohle Köln da kann man später noch verkochen und eigentlich liebte 1 1 um habe ich noch was von der diamantenspitzhacken Äh, irgendwie sowas von kein Plan. So, jetzt haben wir es da. So, ein bisschen ungeschaut. Und seit der Pläne natürlich hier auch noch so. Hä? Gerade Gas und was mit 12. So ist es eigentlich in der Haltbarkeit 2, okay. Die genau schön runter unser... unseren alten Trott. So. So. So, jetzt kommt ich hier ein bisschen runter. Jetzt dauert es wieder, hoppla. Jetzt saß wieder, bis die am Arsch ist. So, wieder ein Spaß, bitte. So, auf jeden Fall werden wir jetzt hier aber die restliche Zeit noch weiter graben. Bis wir uns bald wieder neue Fackeln machen. So, wir gehen jetzt erstmal nach oben und beenden das letztlich wäre hier. So, jetzt haben wir jetzt noch mal ganz Cobblestone mit zum Bauen. Ich wollte wieder heißer bauen. Nö, Platz für mein ganz Cobblestone. So, jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, äh, Sticks mit. Und Cobblestone, okay. Haben wir was zum Bauen. Ich würde sagen, ich beende das Let's Play dann hier. Ich würde mich, äh, auf euer Einschalten beim nächsten Mal wieder freuen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich weiter empfiehlt oder mir ein Abo geben würdet. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder, ähm, einen Kommentar sehr freuen. Ihr könnt auch mal auf meine Homepage kommen. Link steht dafür in der, ähm, in der Beschreibung, äh, nee, nicht in der Beschreibung, sondern auf meinem Kanal. Ja, so rum war's. Gleich einfach hiermit schütteln. Bis zum nächsten Mal und, ja. Bis, bis zum nächsten Let's Play. Alles Gute und Tschüss.